Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt strun sie, sie, denn es ist unser Abend, der der Königin, der meine und der ihre. Der König ist krank, sehr krank sogar. Majestät, Sie sind nicht krank. Sie brauchen es auch nicht zu wehren. Sie dürfen es nur nicht wollen. Ich danke Ihnen, Monsieur. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Christian. Ach, Christian. Glaubst du, es wird sein eines Tages? Als ich dich das erste Mal sah, habe ich schon gewusst. Was? Wenn ich es gewusst hätte, wäre ich vor dir geflohen. Bist du glücklich? Bist du glücklich? Sehr. Ich auch. Hab keine Angst, hab keine Angst. Es wird nichts geschehen, es darf auch nichts geschehen. Wenn es wüsste, es wäre sein Ende und deins und meins. Ich liebe dich. Ich glaube, sie liebt mich schon. Sie wird mich lieben, strun sie. Bestimmt. Und alles verdanke ich nur Ihnen. Eine schönere Zeit ist angebrochen in unserem Land. Bessere Tage sind uns allen beschieden, als wir sie je erleben konnten. Dänemark ist glücklich. Ein Glück zu drei. Bei dem, wie die französische Komödie lehrt, am Schluss einer draufzahlen muss. Ich schenke dir einen freien Tag. Dir und mir. Da. Fang. Oh, es hört sich fest. Oh, schau, die Epistole ist zu laut. Die Reden mit dem Minister des Königs, Herr. Ein sehr fleißiger Minister, wie man hört. Die Spatzenpfeife ist von den Dächern. Er setzt dem König Hanau auf. Geh der hoch. Der König. Ein hübsches Kind, Madame. So hübsch wie sie. Es hat von der Mutter die Augen. Und was hat es vom Vater? Christian! Sie haben es mir fortgenommen. Verzeih. Er hat ihr dein Volk genommen. Er hat ihr die Frau genommen. Er hat den Thron zum Gespett gemacht. Er hat ihr Leben. Er hat er, hat er, hat er. Er hat er. Aber er hat sie sich mit dem Hirn. Er hat er, hat er. Er hat er. Untertitelung des ZDF, 2020